Zur Halbzeit der Sommerferien in Niedersachsen ziehen die Tourismusregionen eine gemischte Bilanz. Die Nachfrage nach Unterkünften ist laut einer Umfrage trotz der hohen Inflation ordentlich. An der Nordseeküste waren die Unterkünfte laut Tourismusagentur zwischen 71 und 90 Prozent ausgelastet. Im Harz sei noch Luft nach oben, so der Tourismusverband dort. Die Buchungen reichen noch nicht an vergangene Höchstwerte heran. Auch in der Lüneburger Heide setzt man nun auf die zweite Ferienhälfte.